Hallo, mein Name ist Raymonda Skabe-Kaite und ich habe an der Kunstuniversität Graz, Chor und Orchester dirigieren studiert. Ich bin ursprünglich aus Litauen und ich habe mich für das Chordirigierungsstudium entschieden. Ich hatte zwei Möglichkeiten, in Litauen Komposition zu studieren oder Chordirigieren hier in Graz. Wir hören einen Ausschnitt aus Johannes Brahms Variation über ein Thema von Josef Hein. Das Savaria Symphonieorchester aus Schombatai in Ungarn hat uns während des Studiums immer ein Seminarorchester begleitet. Was sehr interessant ist über dieses Stück überhaupt. Brahms hat diese klassische Struktur oder Form von Variation genommen. Die finale vor allem hat diese Euphorie, die dann am Schluss einfach großartig wird. Das Konzert war auch meine Bachelor-Abschlussprüfung. Und bevor das Konzert, wir haben drei Tage ziemlich intensiv geprobt und dann man kriegt wirklich ein gutes Gefühl auch während des Konzerts und ist einfach bereit, das was man im Kopf oder im Herz hat, einfach zu dirigieren oder zu zeigen. Ja! 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 Vielen Dank.